Für mich war es irgendwie selbstverständlich, wenn man ein Menschenleben auf der einen Seite hat und, sage ich mal, ein Fußballspiel auf der anderen Seite, würde ich mich, glaube ich, immer für das Menschenleben entscheiden. Es war schon emotional, aber ich fand die anderen Dinge, die gemacht wurden, viel wichtiger als jetzt eine Person zu würdigen. Wenn man die Zahlen dann sieht, dann war es das, glaube ich, wert, dass es wieder so vielen Menschen auf der Welt vielleicht eine Chance gibt.